Heute möchte ich mal einen Blick hinter die Kulissen wagen. Es gibt immer solche schönen Kamerafahrten wie diese oder auch wie diese und wie diese. Und wie so etwas entsteht, möchte ich heute mal zeigen. Und zwar dafür benutze ich einen Slider. Dank der Tatsache, dass man heute auch mit Fotokameratechnik arbeiten kann, also nicht so schwere Kameras mehr braucht, kann man solche Slider benutzen. Aber auch da ist es noch ein ziemlich großer Aufwand, so eine Kamerafahrt hinzukriegen. Die wird programmiert mit einer App. Da legt man den Anfangs- und den Endpunkt fest und die Geschwindigkeit und die Beschleunigung und das Abbremsen. Und da muss man also auch immer ein bisschen probieren, bis man die richtigen Werte gefunden hat, dass das alles gut aussieht. Und warum mache ich das alles? Ich habe von Anfang an, seit meiner ersten DVD mit Terrace 1, größten Wert darauf gelegt, bei einem Musikinstrument den Ton gut darzustellen. Also damit ein Instrument eben auch inspiriert und auch wirklich sein volles Potenzial zeigt. Dann ist natürlich so ein Multimedia-Produkt wie ein Film immer auch etwas für das Auge. Man sagt ja auch so schön, das Auge ist mit, das Auge hört mit. Und natürlich, die Gesamtästhetik ist auch immer wichtig. Und ich möchte auch in diesen Filmen, auch wenn es um ein Tutorial geht, möchte ich Ästhetik anbieten. Also ich möchte einfach schöne Bilder, die Lust machen, sich mit den Instrumenten zu beschäftigen. Und Instrumente haben ja teilweise auch ein interessantes Bedienfeld. Und um dieses Bedienfeld eben interessant und spannend abzubilden und nicht eben einfach nur durch Standbilder oder durch unbewegte Kamera, habe ich eben mir die Mühe gemacht, solche Kamerafahrten zu gestalten, damit sie einfach noch mehr Inspiration kriegen und mehr Lust, sich mit diesen Instrumenten zu beschäftigen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.